So, hallo und herzlich willkommen. Weiter gehts hier bei Minecraft Feed the Beast. Da ruf 20, ja, da war es gerade Nacht. Wir haben hier ein bisschen Zeug bekommen, bis wir jetzt noch nicht so wirklich was Gutes dabei rauskommen. Oh, so ein bisschen von dem Bauxite. Naja, nicht so toll. Ups, die haben wir jetzt erstmal hier alles rein. So. Das hier weg. Und dann können wir jetzt mal nach unserem Wither Spawn Projekt Dingsbooms gucken. Das machen wir jetzt folgendermaßen. At Re... Conic Evolution. Jetzt müssen wir gucken, wie viele von den Dinger ich brauche. Ich würde sieben auf sieben machen. So, rechts und links haben wir. Jetzt brauchen wir noch zehn. Eigentlich eins weniger, aber egal. Dann brauchen wir noch das Ding. Das ist ja perfekt, dass wir da eins viel gemacht haben. Und dann brauchen wir noch einen von denen hier. Okay. Dann kann man schon mal das aufbauen. Da draußen läuft ein Zombie-Pigman rum. Naja. Kein, ja. Ist ja kein Problem. Genau, das Ding hier. Ich weiß gar nicht, ob das genügend Power hat. Wenn ich das jetzt die ganze Zeit laufen lasse. Dann gehen wir mal in die Richtung. Und hier noch. Und einmal nach außen rum. Oder? Nee. Da müssen wir jetzt noch eins Größe machen. Muss leider sein. So, und jetzt hier hinten noch. Das Ganze hier mal weg. Dann kann man das bestimmt noch setzen. So, den hier rein. Und jetzt schmeißen wir das Ding mal geschwindend an. So. Hier haben wir es hingesetzt. Und da kann man jetzt das Ganze hin teleportieren. Jetzt wird es nur ein bisschen blöd mit dem Bau. Und das hätte ich vorher machen sollen. Ja, passt dann. Das passt nicht. Der muss wieder weg. Ähm. Und da muss noch einer unten hin. Nein, der muss wieder weg. So. Jetzt. Das haben wir schon mal. Jetzt müssen wir da die Anschlüsse noch einsetzen. So. Und dann bin ich hier drüben. Das passt, das passt. Jetzt, wenn du machst, ähm. Right-click, place block, use item on block, war es glaube. Place block, place block, place block, place block. Dann brauchen wir jetzt sieben Filter. Ah, nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen das zwei. Item kommt jetzt. Ja, da brauchen wir ein bisschen was. Ähm. Genau die hier brauchen wir da dazu. Dann Conduit Binder. Nein. So. Kommt, das gleich mitnehmen. Das. Dann brauchen wir zweimal Filter. Bö, 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 den hier. Zack, zack. Zweimal Filter. Dann brauchen wir eine Truhe. Ne, klar, dann haben wir alles. Probieren wir es mal aus, um es schaffen, gleich das ganze Ding aufzubauen. Ähm, ja. So. Super. Und. So, und jetzt kommt hier die Justin. Die braucht zwei Ausgänge. Da ist ein Halbwinder, ne, scheiße. Extract ist okay. Ich bekomme schon Insert auf grün. Insert auf grün. Insert auf grün. Und noch ein Insert auf grün. Du bekommst ein Insert auf braun. Insert auf braun. Und Insert auf braun. Du bekommst ein Extract auf braun. Ein Filter. Nur Köpfe. Du bekommst hier ein Filter. Dass du nur die rausholst. Und das ist falsch. Gucken wir mal. Ne. Das lädt ja da alles rein. Wie können wir das besser machen? Ähm. Ich weiß nicht, ob ich glaube, der geht irgendwie so durch. Ich muss mal nochmal aus. Ne, jetzt kriegt alles, was in der Mitte ist. Wie kann man das machen? Sieht der jetzt eigentlich die Energie von dem Ding leer? Ja. Ja. Schnell heimgehen. Müssen wir noch bessere, ähm. Bessere Solarpanel, also eine größere Batterie machen. Das ist doch schon eine 5 Millionen. Oh ja. Egal. So. So viel Soll-Send hat man. Dein Hormon sitzt nur Soll-Send. Meine Schaufel ist fast im Arsch. Äh. Da. So. Vielleicht mal eine ganze Schäle mitnehmen. Ich brauche hier Stacks. Ich mache es jetzt einfach mal ganz voll. Und das andere muss ich noch rausfinden, wie ich das dann ein bisschen besser koordinieren mit dem reinlegen. Gerade passt es noch nicht. So, wo hat man denn hier... Na? Ich sehe nirgends. Soll's nenn. Das gibt's doch nennet. Ja, ja, dumm ja auch. Okay. Ich treffe mit keinem einzigen. Auch da hinten wird noch mit. Da hinten werden... Ui. Eine Insel. Boah, das sieht cool aus. Okay, da hinten werden noch eine Riesenfisch. Soll's nenn. Oh, nee. Oh, nee. Das ist Schrevel. Oh, nee. Gibt's doch nicht da. so ups, einmal bis ganz runterbrüllen und dann nehmen wir mal mit, was geht bis die Schaufel kracht was viel zu früh sein wird hab ich nicht mal ich wollte immer noch meinen Hammer umbauen bei Stamos Schaufel rein, zwei Stück so, machen wir noch ein bisschen ups, da kann man nicht rein da kann man jetzt rüber so, nehmen wir alles hier voll mit müssen wir halt gucken, dass wir die Willer so normal spawnen und jetzt noch nicht automatisiert das wird halt ein Snack stehen so, warum ist denn TP gedöhnt und tschüss jetzt bloß ein halbes Leben verloren wollt ihr eigentlich wieder? nö du mir auch hört mich nicht an so das werden wir 21 wieder ich glaube, das können wir machen dann gucken wir aber erst mal wie es mit unserem Schild aussieht da geht gerade Energie rein das passt dann jetzt bauen wir erst mal die zwei Blöcke noch ab da ist schon noch ein Stack drin so, jetzt teilen wir das schön auf Duns Deck Duns Deck Duns Deck das passt schon mal so, jetzt probieren wir den aus wird gesetzt wird gesetzt und jawohl wird darüber transportiert na komm mach um na, mein Gott helllichter Tag ey okay, das haben wir noch nicht ganz raus okay jetzt haben wir das Problem hier okay, das müssen wir noch Zeit verzögert machen okay da sind jetzt 14 drin da sind 14 drin bum 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 holen wir uns erstmal das ganze Zeug ab was hier rumliegt idiot, 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 idiot die eine Wetter haben die andere Wetter das Sach kaputt gemacht idiot das heißt, wir müssen da irgendwie einen item collector bauen mischt ouch so würde ich sagen gucken wir mal was wir da so bauen können können wir auch mal gucken was unsere Quarry bis jetzt rausgebracht hat ähm das nehmen wir mal mit das das können wir wegpacken das können wir wegpacken ja das war vollbild ähm jetzt gucken wir noch mal weiter was gibt's denn das ist das heißt wirst du du wärmer die die marsch wties Ok. Ok. Kann man den machen? Nicht ganz. Mein Wetter fehlt ne Chest. Nein. Wir können nicht mal eine machen. Wir müssen eine machen. Das heißt. Das hier. Und dann. Das hier. Gucken wir aber erst nur nach. Ok. Dann brauchen wir jetzt aber trotzdem noch eine Truhe. So. Gucken wir. Ich weiß nicht was das Ding von der Range hat. Wir wollten auch noch gucken wie es unserer Quarry da unten geht. Ich schätze mal unserem Energiehaushalt geht es beschissen. Wenigens haben wir mal einen neuen Gold rausbekommen. Ist auch schon mal am Anfang. Das Ding läuft eh nicht. Machen wir mal aus. Was? Oder haben wir es jetzt angemacht? Ne. Ist aus wahrscheinlich. Nö. Aber keine Ahnung wo die Energie jetzt gerade hingeht. Ja. Wo läuft das Ding jetzt gerade? Ich weiß jetzt nicht was gerade so viel Energie hier verbraucht. So. Gucken wir mal was das Ding von der Range hat. Was hat der eigentlich das Ding. Das hier. Oh man. Der hat schon wieder falsch gebaut. Das heißt das muss man irgendwie verzögert machen. Okay. Naja. Gucken wir mal ob das reicht. Ich muss erstmal wieder den abbauen den Schädel hier. E. Geht doch. Ach komm jetzt wird 208. Jetzt müssen wir erstmal geschwind warten bis der tot ist und dann. Warte halt. Braucht der ein bisschen Zeit bis der einsammelt oder wie? Okay. Schneid mal zurück. Ups. Und zack. Weil das ganze nur zu automatisieren wäre auch noch was. Ich glaube da probiere ich auch. Aber erstmal ohne das aufzunehmen rum bis ich das hinkriege. Könnte nämlich ein bisschen dauern. So. Da bekommen wir auch wieder Energie. Soviel haben wir verbraucht. Heidenei. Okay. Jetzetle. Ich würde sagen wir machen jetzt einfach nochmal ein paar von denen. Weil wir brauchen wahrscheinlich noch ein paar Neverstars. Ich weiß doch nicht von was. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Äh. Ja okay. Von denen hier. Wollen wir es brauchen. Solderer. Von denen hier könnten wir es brauchen. Dann könnten wir zwei Minuten lang da. Quarry wahrscheinlich auf voller Kanne laufen lassen. Okay. So weit kommen wir wahrscheinlich gar nicht. Crafting. Ja. Von denen wir es brauchen. Ja. Dragon App. Äh. Könnten wir jetzt bauen? Ein GP. Ne. Dann nicht. Äh. Muss ich aber nochmal gucken. Ob das wirklich noch stimmt. Oder ob es da wieder was geändert wurde. Dragon Breath. Kann man auch. Vor was brauche ich in dem Mod Pack Dragon Breath? Hm. Neutzer wirklich toll. Okay. Okay. Da lohnt es sich Neutzer wirklich das ganze Zeug zu holen. Aber. Hm. Wie gesagt. Für. Für. Für Draconic Evolution. Warum wir das jetzt brauchen. Das Problem ist. Wir müssen da jetzt echt schauen. Dass wir das erst mal. Halbwegs. Halbwegs. Auf drei bekommen. Dass das hier funktioniert. Weil ich wette mit euch. Ja. Der hat schon den Kopf falsch gesetzt. Das stimmt das Timing nicht. Hm. Ach so. Und wieder falsch. Ach. Ich fliege auch noch. Ich fliege auch noch. So. Jetzt müssen wir wahrscheinlich den Ash wieder einsammeln. Ne. Der hat es eingesammelt. Eh. Er war raus aus dem Schutz. Ja. Hat es eingesammelt. Das war. Neverwither. Wither. Dash. In der richtige. Ach komm. Ach komm. Ist das scheiße. Drei. Okay. Ich habe hier jetzt gerade alle Köpfe verbraucht. Jetzt gucke ich jetzt mal ob er das aufgesammelt hat. Ja. Da haben wir drei Stück. Das ist jetzt erstmal der letzte. Ach stimmt. So könnte es jetzt gerade gehen. So. Ich weiß gar nicht wie viele ich gemacht habe. Auf jeden Fall nicht plus drei. Also wenn ich selber den Kopf hier draus setze. Also wenn ich selber den Kopf hier draus setze. Dann ist besser. Das ist blöd jetzt. Okay. Hat alles aufgehoben. Machen wir halt noch ein paar Nervos da. So. Nicht eingesammelt. Ich habe es eingesammelt. Fünf Stück. Ich weiß gar nicht wie viele von denen Teile brauchen wir eigentlich. Ich hätte gern die Spitzer gehen. Da brauchen wir einen. Da brauchen wir keine vier. Die Rüstung hätte ich gern. Ja. Ich sollte gucken dass ich da mal ein paar mehr noch mache. Da brauchen wir noch. Sieben. Schwert brauchen wir auch noch. Und die ganzen Upgrades. Draconic Evolution. So. Die Teile hier brauchen wir auch noch. Aber die kann ich ja autografen. Von dem her. Würde ich sagen. Machen wir jetzt hier mal. Schlüsse mit dem Weaver produzieren. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge am besten. Na. Noch nicht ganz. Haben nur ein bisschen Zeit. Nein. So. Draconic Evolution. Ich hätte nämlich gern die Wurvenrüstung. Und von denen brauche ich neun Stück. Deswegen autografen wir jetzt. Lernen wir. Jetzt mal das hier. Die Teile eher nicht. Das ist sinnlos. Die brauchen wir nur einmal. Ähm. Eisenblöcke. Nur ein Stück. Ähm. Und den hätte ich hier auch gar neun. Dann müssen wir jetzt mal geschwind wirklich einen Stack wutzeln. So. Wenn wir die hier haben. Dann müssen wir das auf die hier hochleveln. Und da brauchen wir jeweils zwei Stück. Und ein Wurvenkorn. Und ein Wurvenkorn. Wurvenkorn braucht auch. Ah. Komm. Was haben wir denn unten in dem Teil hier alles drin. Bisher noch nicht viel. Okay. Dann geht's ja nur. Oh. Da haben wir ein bisschen Zeug. Unter anderem auch Gold. Und. Hängt da noch ein bisschen Gold rum vielleicht. Wäre ja auch noch was cooles. So. Letzte Runde war das. Genau. Äh. Korvers. Und los. Und los. Gut. Dann halten wir die schon mal. Das nächste Problem was wir dann da dabei haben. Wenn wir so ein Teil verbessern wollen. Geht gar nicht auf die Art. Ähm. Ach. Da. Doch. Da geht's doch. 1,2 Millionen. AF. Äh. Was ist Draconic? Okay. Das kostet bloß. Einmal Awaken. Ja. Okay. Einmal Awaken Core. Awaken Core ist Nether Star Infused. Boah. Und Wirwung. Ich will zumindest mal Draconic haben. Ja. Wär schön. Äh. Pattern. 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 Machen wir mal 10 Stück. Wir haben kein Klaas. Haben wir noch Sand? Ja. Haben wir noch Sand? Könnte ich aber auch in den Ofen reinschmeißen. Wir kommen. Wir kommen. Äh. Pattern. 10. Los. Geht. So. Äh. Wir kommen. Äh. Geht. So. Was brauchen wir denn von der Willwanderrüstung brauchen? Okay. Dann laden wir den auch noch geschwind. Den Core wollen wir wahrscheinlich. Hm. Vielleicht auch noch brauchen. Okay. Redstone Block haben wir nicht. Ich guck mal ob ich einfach jetzt die 4 Sachen zusammenbekomme. in den in den Knopf. Ich guck mal die. Die bekommen wir schon mal zusammen. Aber ich vermute mal dass wir da nochmal. Galt. Können wir uns glaube ich bisschen was machen? Ja das Ding hat auch voll. Tolle Power. Ach komm, geh hoch. Dann brauchen wir Draconium. Zwei Stacks werden schon gehen. Dann brauchen wir Dias. Eine komplette Dia-Rüstung. Äh, komm. Äh, Schuhe. Und jetzt kommt's Teure. So, Brustschutz. So. Goldhammer fertig. Wie sieht's hier aus? 18 Stück. Nein. 25 Gold noch. Schmeiß ich Quarry an oder geh ich mir rein? Ich schmeiß die Quarry an. Oh, da haben wir sogar einen neuen Draconium rausgekriegt. Cool. Das machen wir erstmal in der Filter auch noch. Immer das, was mich am meisten nervt, was hier drin liegt. So. Das raster. Ja, der rattert hier jetzt schön durch. Die Dinger muss ich noch gucken, wie ich das am besten mache. Wo ich das am besten aufstelle. Weil die müssen wir ja eigentlich auch noch hochleveln. Weil wir haben ja nicht nur die Rüstung hier. Und die müssen wir ja auch noch... Halt, die kann man nur upgraden. Und hier, okay. die Protection-Gedöns halt drauf machen. Kein neues Gold. Nehmen wir mal alles mit. Ich hab ja irgendwo ein Wireless Thumbnail. Das ich bisher noch nie benutzt hab. So, Clay haben wir jetzt einen Haufen. Wo gibt's denn die Barge Clay? Oder hat er sich aus der Highlands rausbuddelt? Ist jetzt wo anders. Ne, schauen wir mal an der Highlands. Lassen wir's halt noch ein bisschen laufen. Und hoffen, dass wir da ein bisschen was... An Gold bekommen. Ja, müssen wir jetzt mal ein bisschen laufen lassen. Okay. Energieproduktion haben wir jetzt soweit ja... Eine unendliche mit unserer... Die, die wir hinten haben. Also, das haben wir. Komm, bloß noch Gold. Ah, Mann. Wackelt ab. Wir lassen mich in Ruhe. Okay. Dann war's das aber für diese Folge. Von dem her... Ups. Ah, ich braun. Naja. Dann war's echt mal von dieser Folge. Und dann sieht man sie in der nächsten wieder. Von dem her... Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Also, wir machen uns. Untertitelung des ZDF, 2020